2 Watt Wo willst du aus Obsidia machen, ne Vogel? Weil es dann, weil es dann Reinforst gibt Du kannst auch Stahl nehmen Ja, das wird billiger Stahl nimm doch einfach deine Chain Rüstung, die du überall in deinem ME System hast Will aber nicht, scheine Obsidia kann sich bei Centos bedienen, der hat glaube ich noch genug Oder macht ja auch so viel Meta Billiger Ja Oder aus Holz und Minimstone Genau Zwei Holzdinger und Minimstone Eigentlich hab das noch voll viel Obsidia im ME System, oder? Oder das Mal überleg mal, du machst aus 1mm 8 Tonnen Holzblöcke Ja, das ist ja was gerade im Lenk Jupp, ich merk's Aber nur ein bisschen Komm, bis wir durch Ey, ich weiß nicht was ich machen soll Ich zieg grad so und warte hier Der Server lag Ich glaub der Server ist abgesch- Nee ne Ne, ist da Nee ne, jetzt geht's Ich bin blind, ich bin blind Was wollte ich denn machen, Mensch? Das müssten wir alle schon Nö, ich war eben wirklich erblindet Armer Junge Also zwei Sekunden Opsi Ich hab nur, ich hab nur circa 7000 Obsidia, ne? Ja, ist klar Ja, übertreib mal Johnny Personal Anker Ich sag ja, Johnny übertreibt ja überhaupt nicht, ne? Ach, was kann ich dafür, weil meine Crowley so viel Obsidial ausgeregt Wollen wir mal schlafen gehen jetzt? Nein Doch Nein Ich geh jetzt nicht schlafen, ich bin die grad an Rezepten gucken Penis Nein, auch das nicht Wie viel Obsidian hast du, Johnny? Oh Ja, okay, ich bediene mich gleich mal Voller zu bauen Aber ich kann ja Juga Meta nehmen Nex, soll mal schlafen gehen? Das ist immer zu faul Ich bin nicht im Bett Und Johnny kann wieder leften Vielleicht ist da noch ein Bett am Spawn, ich guck mal Mhm Oben Sind auch noch welche oben Ja, ich liege Braver Junge Erzählst du, du musst eigentlich mal jetzt sitzen zu gehen, der hätte ja Angst um seinen Creeper, die da mal rumlaufen Nö, nö Weil der ja nix ausleuchtet Mhm Wie ging das Rezept denn dafür? Wofür? Sieht ja Äh Wo? Du musst, du musst Holz herstellen und damit nehm Ich weiß Du musst Holz herstellen und damit nehm Transmutation oder irgendwas Nein, Mann, du kannst doch auch das aus Juga Meta machen Wow, was war das? Ein Creeper Was? Pass auf! Alter, hast du dich auf dem Dach gespawnt? Ich hab nichts gemacht, ne Was ist das denn? Mein Malybium Das ist weg Äh Sind da unten nicht noch Trichter? Nein, das war unter dem Toolwort Guck mal vielleicht auf mein Rücken Was denn? Knap Pack Knap Pack Was ist denn die? Loh, das ist wieder da drin Was sind die normalen Big Blue Packs da? Aber nur zwei ich habe Das sind aber zwei Ob sieht die an? Weiß ich Das Rezept weiß ich nicht Ich weiß nur mit Minyl Stone das Rezept Miridium, Lehm, Kohle Verdammt hab ich auch noch nicht mal hier drin stehen Ah, ich kann das auch mit Letztern duplizieren einfach Das geht auch Loll Mhmm Das Malybium hat sich dupliziert an hier Boah Ich cheate doch immer nur rum, ne Ne, warum? Das ist jetzt die ganze Zeit da drin Das ist kein Cheaten Doch Ne Bitte Das ist nur Ausnutzen eines Bugges Mhmm Außen hab ich das Item gecraftet dazu Vogel, du Vogel Alter, ohne Scheiß, hier ist unendlich Malybium drin Äh Komm doch mal hier, ich hab grad schon drei Toolworts gemacht Äh, dann machen wir mehr Achja Obwohl, ich hab ja Rapis genug Du kannst mehr als eine Toolwot machen aus zwei Malybium, ne? Boah Die Toolworts sind nicht teuer Ich wollte Toolwot aber auch so obsidieren Ja, Johnny Hä? Was du willst, ist egal Hmh Hmh Und jetzt? Ich hab die anderen da hinten in die Kiste Okay Hier dort Ja, 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 ja Deine Kartoffel bei der Fahne, oder? So, meine... Kartoffelfarm Kartoffel Keine Ahnung Kartoffel 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 Was? Die sind deutsche Kartoffel Kartoffel weil vor viel korrekt ist ohne sie ja er ist ja der spack wiederum der ist hat wieder seine manche ja ja und das was sie anhalt wie freizeit gebraucht so schnell tut man einfach obsidian schieten nach ne ich hab doch das tome of elke ist aber kannst du damit du willst du blizieren alles so billiger was wird mein schwer zu aufmotsen wirst du nicht das schaffst du nicht weil er es nicht schafft er ist auch erst mal schön die betreiben dann noch etwas da rein du musst diamant und ein goldblock ja stimmt glaube ich alles nee dass da papier gibt auch wie gesagt die kostbar gibt ja noch ein extra ding was ich ja schade finde dass wir hier kann beiseite und kein marble haben und hier gibt aber nur sharpness weißt du dass diese komischen gegner diesen bogen mehr schnell ertönen kann der quats gibt ja nur mehr sharpness ist das nicht er ist noch mehr schaden mehr macht das auch nicht mit der quats er habe ich behauptet ja warum ich würde lieber ein bisschen zumindest einmal auto repair drauf machen hier hat das sollte keine ahnung wieder rein das ist doch schwachsinn mannilium dazu würde sagen es doch teurer als wenn du einmal ein modifier zum auto repair und nutzt ja außerdem weiß was wenn das hier weniger das hat es mehr schaden macht das schwert dann ja das ist ja gut wenn ich weniger habe okay okay obsidian break okay nein binden force 3 drauf alter ich weiß nicht schade dass er macht das smooth black stone large obsidian wigs seid doch ladies ihr seid schon ladies hier paar sexy ladies du 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 sexy ladies wie lange wollen wir noch machen danke für die antwort ja bitteschön also nicht wir können ja macht aufhören ok wir haben um halb angefangen ja meine damen und herren und herzlich willkommen hier voller Backe Induktionsmelder Induktionsmelder das in den letzten Jahren in der Welt in der 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 Robbo Bob 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 er 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 hat sich nachvollziehen du hast es kloppt er und Kürzlich doch so, wo wir halt beklopft sind. Nein. Ich fühle mich in dieser Situation diskriminiert. Ja, dann geh doch heul. Diese Aussage hat mich perifer tangiert. Was? Ach ja. Weißt du, einfache Wörter kann ich nicht aussprechen, aber das... Ja. Das geht. Er hat ja einen Schaden, weißt du doch. Aber diese Singularität ist auch nicht die beste, ne? Nee. Ach ja, schau nicht. Du bist so. Du bist so, dass ich so hoch bin. Sack, das kommt nicht mehr mit. Ja, ich bin der Kurs. Des Meter kurz vor allem. Ach so, okay. Ja, ja. Ist doch gut. Dann verstehe ich das. Dann nämlich das nicht so übel. Hier, je mitte. Übel, übel sprach der Übel und verschwand in der Wand. Deine Köder, genau so wie du. Dan, 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 dan. Konnte man sich eigentlich hinzudrücken. Ja. Mit Tintensäcke? Tintensäcke, ja. Was willst du mit Tintensäcke? Aber kennt ihr Schlittentippen? Oh man, Alter, schon wieder Schlittentippen? Das hat...Santus ist leider schon, du hast mich drauf gebracht. Danke, Centus. Habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht? Nein. Wetten, Santos hat Schlittentippen. Die hast du. Schlittentippen. 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 Sprich schon wieder um die Papageier. Wär das geil, wenn ich tippen hätte. Könnt man die ganze Zeit spielen, Alter. Junge, Alter. Weißt du, in den letzten Minuten kommen immer solche Themen. Warum? Wir haben so viele Jugendliche dabei. Kleine Kinder. Was weiß ich? Ach so. Ja. Das ist, let's play mit äh... Fliehungs-Hinterhalt. Fliehungs-Hinterhalt. Let's play mit Biss, ne? Lieber Gronkh erzählt doch auch immer die Kinder. Hm. Erzählte was von Moral und sowas. Jajoh. Wer braucht bitte Moral? Was ist Moral? Kennst das? Ich kenn nur Oral B. Ich kenn nur... Ich kenn nur Oral. B. Ist ne Zahnpasta. Hallo. Oh man Johnny, ehrlich. Das B ist mir kein Begriff, das tut mir leid. Ehrlich, Johnny. Ja, ehrlich. Ich bin jetzt richtig. Ja, unehrlich wär's ja langweilig. Ja ne. Irgendwann muss das ja wieder... War mir ja schon irgendwann klar, dass das wieder kommt. Ja, das Niveau sinkt immer bei uns, weißt du doch. Immer am Ende. In den letzten 10 Minuten ist immer... Ja. ...das Niveau wie beim Captain. Ich darf grad sagen, war das ein... War das irgendein von euch? So ein komisches Fieken. Ich hasse das, dass man so tausend Meter herklicken muss, wenn man da irgendwelche Modifier drauf tut, Alter. Findest du? Du kannst die... Du kannst auch... Was musst du machen? Blöcke? Was machst du drauf? Blöcke. Ja. Du kannst oben und unten in das Feld auch hier reinmachen, ne? Ach ja. Echt? Ja. Boah. Das heißt, du kriegst das doppelt so schnell drauf. Er braucht das noch nicht wissen. Warte, jetzt mach ich noch einen Modifier. Nee, nee. Ich hab da noch Modifier. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Äh, Party. Party halt Pro. Party halt Pro. Wupp, 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 bip, bip. Wupp, wupp. Wupp, wupp. War ja Dubstep. Ich weiß. Jetzt ist... Du kannst die Dubstep-Taube, Alter. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp. So und jetzt geh ich nicht mehr schlafen, jetzt geh ich erst mal in die Castle. Wupp, 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 wupp. die die ob es scheiß das Haus Koko oh ja das macht viel mehr Schaden was ist das Rapier? ja, bei dem macht das super voll Du kannst es auch noch verzaubern, ne? Ihhh, das wird dunkel na und? Ich mein jetzt noch die letzten 4 Minuten schlafen? Nö nö ich nehm den Schaden mit Flustable oder was? du kannst, warte mal, was kannst du drauf machen? ich hab nämlich das auch verzaubert, Moment, Moment, Moment ich lucke das, alles kannst du nicht drauf machen, du kannst drauf machen äh, Afterlife, Soulfeather, Ash ja gut, Seelen und Unbreaking, kannst du auch noch mal machen er kann Arsch drauf machen aber sonst nix mehr, also so wie das mit Schaden ist oder so geht nicht, weil das sowieso schon drauf ist schmds 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 Ach keja, wie heißt das denn? redstone redstone selda ist er doch Wenn die neue Version rauskommt, ist das, was, ähm, Static Engines, das ist ein eigener Mod. Oh, ich bin fast am Stern, what the fuck? Ja, dein Stern. Jeeha! Was war das denn jetzt? Hände ich doch nicht. Du, und schlecht. Ja. Was geht ab, Benni? Hallo, ich bin dein eigenes. Na, naja. Ich bin der Venus. Kennst mich doch.